Wenn ein bisschen langsamer, wäre ich auch zufrieden. Da muss ich hoch. Und jetzt endlich muss ich halt da rechts eben rüber, ja? Ja, nicht so. Nein! Okay. Das wird ätzend. Ja, hat mich irgendwas getroffen da oben? Natürlich super. Na, auch nochmal. Kann ich bitte hier speichern? Habe ich einen Checkpoint? Bitte sag mir, ich habe einen Checkpoint. Bitte sag mir, ich habe einen Checkpoint. Ich habe keine Ahnung. Wir sind in der Bücherei. Ja, das ist ja toll. Auch noch ein Labyrinth, ja? Und wo, wo, wo? Oh, nein. Nein. Wie? Wo? Achso, achso. Hier kann ich hoch. Achso. Okay. Okay, wenn ich da runterfülle, komme ich da oben raus. Okay. Ach ja, und die stehen hier immer wieder auf. Da war ja was. Hier komme ich dann hier raus. Oh, achso. Das wäre dann da. Ich könnte da auf jeden Fall die Keule mitnehmen. Ach, da steht plötzlich wieder einer auf. Es ist doch nicht falsch. Na gut, wir starten hier mit einem vollen Leben. Das ist auch okay. So. Ah, sehe ich gerade. Im Hintergrund ist hier auch wieder Sachen nummeriert. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit mir das halt weiterhelfen soll. Aber okay. Okay. Ähm, wir gehen mal hier hinter. Das hilft mir jetzt, weil ich bin dann hier. Und dann bin ich hier. Ja, das hilft mir ja ungemein. Ungemein. Oder kann ich hier vielleicht das Seil nehmen? Nein. Hm. Wie komme ich denn jetzt hier wieder irgendwie nach vorne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier wieder so ansatzweise zurückkomme. Oder halt, warte, 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 warte. Hier ist ein Seil dahinter. Hm, hm. Oh. Ja, und nun? Achso, jetzt kann ich hier runter, ne? Aha. Aha. Oh nein, die Schlangenviecher. Was habe ich denn nicht vermisst? Jetzt steht er wieder auf. Ich könnte kotzen. Ah gut, wir müssen auf die Kugel hier warten. Schlange. Schaffe ich es da rüber zu springen? Ja. Kacke 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 Kacke. Oh, die schießen ja. Stimmt ja. Nein. So. Oh. Auch ne Bombe dazu. Ist natürlich weniger gut. So. Hier will ich jetzt einfach durch. Danke. Oh Gott. Wo lande ich jetzt? Hier. Sehr schön. So mag ich das. Ja, so nicht. Ja, so ist schon besser. Aber ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Zumindest nicht jetzt gerade. Hm. So. Ja, sieht gut aus. Okay. Kann ich den Krug nicht zerstören? Kommt da wahrscheinlich einfach nicht ran, ne? Hm. Oh Gott. Der Bannanenkrieger des Todes. Na endlich. Ein Diamant. Mega unnötig. Oh, hey. Oh, hey. Dann. Und nu. Und nu. Ach, komm. Ja, komm. Ja, mein. Da hat es mal was getroppt hier. Oh, ne. Die Koldi lag jetzt so oder so. Stimmt ja, aber war ja was. So. Bin's gut, flänz, warte, mein. So. Ah, hier kann ich hoch. Bitte warten. So, das heißt, hier kann ich wieder auf die andere Seite. Und dann kann ich hier sterben. Geil. Hätte ich da bis nach ganz oben gemusst hier? Ach nee, kann ich ja gar nicht, weil da ja noch der Boden dazwischen ist. Hätte ich jetzt gedacht, dass man da irgendwie nach oben rechts muss, aber nein. So, ein Bananen kriege er tot. Oh komm, jetzt ist eine Schlange hier. Ja, dafür habe ich den Ding jetzt auch nochmal abgekriegt. Da hätte ich auch hier, ne? Weil wir leisten bleiben können, sozusagen. So. Du gehst mal schön weg. Genau, die kriegen mich halt jetzt nicht. Erstmal in den Korridor. Dann da oben wahrscheinlich nach rechts oder so, oder? Und halt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, das war zu hoch. Ob ich hier wirklich hören muss? Ich habe keine Ahnung. Learning by doing und so. Und hier gehe ich jetzt vorbei. Weil ich es kann. Und da es gegen sich kämpfen sowieso so wenig bringt. Was? Achso. Bin ich über die Stelle rüber gelaufen. Das ist natürlich auch ganz toll. So, der ist weg. Kann ich jetzt hier nochmal hin? Gucken wir mal. Haha. Wir sind tatsächlich weitergekommen. Ist nicht wahr. Ist aber auch mal wieder so ein Labyrinth. Da kann ich auch drauf verzichten. Okay, die Kugel ist da hinten. Die ist auch hinten. Hier kann ich nach hinten gelangen. Nach dem hinteren. Doch kein Schimmel. Ob das jetzt sinnvoll ist, lass mal da hingestellt. Ja, okay. Da unten ist so ein Goldgoblin hier. Ob ich den hier noch kriege, ist das eine andere Geschichte. Der hat eine Keule getroppt. Ich hätte sie eigentlich gern. Dann macht er auch noch Schaden, wenn man den berührt. Aber es gibt keinen Kommen. Es gibt keinen Kommen. Er ist weg. So wie ich nehme, es gibt keinen Kommen. Und soll ich hier oben wieder irgendwie rechts hin? Achso, ah, okay. Warte mal. Kann ich ja hier wieder hinspringen. Obwohl, ja, gut. Ah, oh. Oh, guten Tag. Das beobachtet mich. Ich geh mal einfach weiter, ne? Ist ja nicht weiter schlimm. Guck dir nur, wo ich bin. Oh, oh. Mir kommt so ein Dach. Oh, nein. Oh, nein.